Einen wunderschönen guten Abend, mein Lieben. Mein Name ist G. aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. Ja, es sind wieder ein paar Tage her, dass ich mal News gemacht habe. Also habe ich mir ein paar schöne Sachen für euch rausgesucht. Legen wir los. Das was aktuellsten, am aktuellsten ist, beziehungsweise fast überall darüber gesprochen wird, ist natürlich das NEAR-Protokoll. Das launcht demnächst. Beziehungsweise ist das Protokoll an sich schon längst gelauncht, aber die größten Projekte, die da drauf laufen, vor allem auf der EVM-Chain, die legen jetzt los. Vor allem unter anderem das Bastion-Protokoll. Das hat ein extrem starkes Backing durch VCs, durch externe Investoren. Und wer will, kann da gerne mitmachen. Das launcht nach deren Angaben, hier gibt es einen Timer auf der Homepage, werde ich euch unten verlinken, in drei Stunden. Also bei uns circa Mitternacht, also eine Stunde nach Mitternacht. Ja, und dann geht das Ganze los. Und ich gehe davon aus, dass am Anfang die Rendite ziemlich gut sein werden zum Farming. Ja, ich persönlich werde da jetzt nicht mich drauf stürzen. Ich werde vielleicht morgen mal drauf gucken, wo das Ganze steht und vielleicht eine ganz, ganz kleine Spielportion rüber schicken, um für euch ein paar Sachen auszutesten. Aber so richtig, sage ich mal, Investment-mäßig oder Anteils-mäßig von meinem Portfolio jetzt rüber lokalisieren, werde ich da nicht machen. Es gibt sehr viele positive Stimmen, sowohl auf Twitter, unter anderem auch, aber auch auf YouTube. Ja, sehr viele positive Sachen. Ich muss da an der Stelle einfach sagen, ja, es ist sehr viel, viel Versprechendes dabei, aber genauso war es bei vielen anderen Chains, ja. Nur, dass die an der Stelle, sage ich mal, einige Features oder schon umgesetzten Sachen haben, wie Sharding und so weiter, was ähnlich wie bei Ethereum nach dem Merch und nach dem späteren 2023, 2024 kommenden Chart aussehen könnte, ja. Heißt das nicht, dass diese Chain, sage ich mal, nie an der Stelle praktisch alles ablösen wird, was Konkurrenz zu Ethereum darstellt und natürlich auch Ethereum selbst, ja. Ich glaube definitiv, das wird nicht der Fall sein. Einfach aus dem Grund, aus dem Grund, dass wir hier von einer ganz anderen Richtung kommen, ja. Mir ist, wie alle anderen Layer 1 Alternativen, eher ausgerichtet auf die kleinen Anleger, ja, auf die privaten Anleger und egal wie viele Leute, sage ich mal, in der Tifa-Welt, ne, als Kleinanleger, ich bin auch Kleinanleger, ne, rüber shiften, die Menge an Kapital, die, ne, die die Kleinanleger zusammen treiben können, ist eben nur mal begrenzt, ja. Und wenn man sich mal überlegt, das große Geld, das VC-Geld, die sind schon lange drin, ja, mit sehr günstigen Token einkaufen und letztendlich, was passiert, wenn die Chain ausgereift ist, ne, praktisch eine gewisse Größe, sage ich mal, 20, 30 Milliarden erreicht hat, so groß wie Solana und so weiter. Naja, die VCs oder die großen Investoren, die, ne, genug ihren Backs gefüllt haben, die werden langsam nach und nach, ne, abverkaufen, solange eben genügend neue Investoren reinströmen und wenn die praktisch, ne, sich dran schon fertig bereichert haben, wo werden die, die werden sicherlich, meiner Meinung nach, nicht eine große Portion ihres Geldes oder Portfolios auf mir liegen lassen, ja, wo 100 Validatoren das Netz absichern, egal wie schön die Technik aussieht, ja, ne, wenn ich, sage ich mal, ein paar Milliarden habe oder ein paar hundert Millionen auf der Blockchain liegen habe, dann will ich die natürlich dort liegen haben, wo die, ne, Sicherheitsmaßnahmen, wo die Konstanz und, was weiß ich, ne, am allersichersten ist, ja. Und da interessiert mich natürlich weder die Fees noch die Geschwindigkeit noch, keine Ahnung, ja, wie viele NFTs draus laufen. Und das ist meine Meinung, ähm, und was man definitiv mit mir machen kann, ja, ist in, sage ich mal, kurz- oder mittelfristiger Zeit dort, dadurch, dass viele Projekte dort launchen werden und auch sehr stark Unterstützung bekommen werden, also, ne, tokenmäßig einiges abfarmen, ja, das heißt, die, ähm, diese Chance, diese Opportunität ist definitiv da, das sehe ich so, und, ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern der dort mitwischen will. Das ist die ganze, schon fast alles gewesen. Die haben natürlich jetzt, ne, diesen Artikelhandel, dass die eben von den größten Investoren jetzt nochmal 9 Millionen extra Funding gekriegt haben, also das Bastion-Protokoll, was ich gerade hier gezeigt habe, ja, das ist das hier, ist auch ein Money Market und, äh, wenn man sich mal die, die Chain, ne, die Bridging-Statistik anguckt, läuft auch einigermaßen da rein, ja, dass, äh, praktisch viel, äh, viel Geld von anderen Chains momentan rüberfließen auf das Nier-Protokoll. Ja, wir können definitiv gespannt bleiben. Ich werde euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, wir haben Cadena, ja, Cadena, ich habe vor einiger Zeit mal einen Vergleich, ich glaube, Cadena versus, äh, DeFi-Chain gemacht, ja, und ich muss tatsächlich, glaube ich, nochmal eine Fortsetzung davon machen, weil bei beidem, sowohl bei DeFi-Chain als auch bei Cadena sich einiges getan hat, ja, und was die jetzt hier wieder gemacht haben, ist natürlich eine 100 Millionen, äh, so eine Art Spendien-Unterstützung, Förderung, ja, für die Entwickler, die dort ihren Sachen bauen sollen oder kommen sollten, ja, nach dem Motto, hey, wir haben hier das Geld, kommt bitte zu uns, baut bei uns, ja. Ähm, das ist auch nicht auf Cadena, äh, ausschließlich, ne, haben wir gerade ja gesehen, ne, wie viel, praktisch jede Layer-Ein-Chain, ne, versucht natürlich die Entwickler an sich zu locken oder an sich zu binden mit extremen, sag ich mal, Inzentivierungen oder Bonus oder was weiß ich, ja. Ich meine, wenn man heutzutage ein Blockchain-Entwickler ist, da kann man sich vor Jobsangebote gar nicht retten, ne, deswegen, ja, ich meine, bevor ihr, sag ich mal, irgendwelche Träume hinterher jagt, ja, das, was ich immer sage, ne, dieses, äh, in Rente gehen mit 40 oder keine Ahnung, ja, ähm, dann lieber, ne, in zwei, drei Monaten umschichten von Normalprogrammierer auf Blockchain-Programmierer und dann habt ihr einen Job, ja, da seid ihr ausgesorgt. Aber, worauf ich hinaus will, ist natürlich, ähm, das sieht schön aus, ja, dass die, jetzt sag ich mal, 100 Millionen zur Verfügung stellen, in der Regel stellen die es eben auch, ne, in Form von eigenen Token zur Verfügung, ja, das heißt, die werden euch nicht, ne, auf der Stelle mit, äh, sag ich mal, 100 Millionen USDC bezahlen, ja, wenn ihr als Entwickler da hinkommt. Klar, ne, man kann natürlich das mit den Aushandeln, mit den Foundations und so weiter, aber, denkt dran, die ganzen großen Layer 1, die haben immer einen ziemlich großen Schatztruhe, ja, wo die eigenen extremen Mengen, ne, was glaubt ihr, woher Terra natürlich seine ganzen USTs hat, um, äh, Bitcoin zu kaufen, ja, die haben sich eine große Schatztruhe vorher schon zurechtgelegt, ja, und wenn ein Projekt groß genug ist oder der Token, ne, am Preis ziemlich, äh, zugenommen hat, wie Cardena auch, ja, innerhalb eines Jahres, ich glaub, keine Ahnung, hundertfach oder sowas, dann können die natürlich, ne, diese 100 Millionen, die jetzt 100 Millionen sind, waren vor einem Jahr vielleicht eine Million insgesamt, ja. Ja, sieht alles schön aus, ja, ne, muss man auch bedenken, da ist nicht alles, ja, schön und gut, was gut, äh, aussieht. So, wir haben FRAX, ja, hab ich drüber, selbst darüber berichtet, ähm, Do Kwan hat das ja auf Twitter angekündigt, dass der mit FRAX, also der UST mit FRAX zusammen, ja, praktisch als zwei dezentralisierte Stablecoins in Partnerschaft, also, was heißt in Partnerschaft, in, 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 in ein Pool, ja, mit USDT und USDC zusammen, so eine Art, mh, die, der sagt, das Stablecoin-Standard, ja, im ganzen DeFi-Space, also im gesamten Krypto-Space abbilden soll, ja, über diesen Curve-Pool, der Curve ist natürlich eines der größten Projekte, was Stablecoin angeht, ist auch auf fast allen Chains, die es gibt, ja, und die sind jetzt tatsächlich gelauncht, ich hab mir das tatsächlich heute auch angeguckt, das ist auf Curve, hier, ja, auf Phantom, und, äh, das Ziel ist laut Curve zuerst auf Phantom und dann, ich glaube, auf Layer 2 Arbitrum soll es kommen, dann eben auf andere Sidechains, äh, Layer 1 Alternative, AVAX und so weiter, die, äh, EVM-kompatibel sind und, ähm, nur als allerletztes erst auf Ethereum soll es hingehen, ja, das ist, äh, deren, zumindest deren Roadmap und die Rendite stimmt hier tatsächlich, die, äh, da wurde auch bei uns im Discord kurz gefragt, Discord-Link ist unter jedem Video, ja, das ist ein schöner Platz, den wir benutzen zum, ähm, gegenseitigen Austausch, aber auch Fragen, Antworten, auch ich versuche da mich, ähm, jeden Tag weiterzubilden, weil, ne, das sind viele, ähm, gute Leute dabei und, ähm, hier wurde gefragt, ja, ihr seht hier, wenn ich das, kann ich das eigentlich größer machen, ja, also, wenn ich hier draufgehe, ja, ja, ihr seht hier, Daily 0,47%, ja, auch wenn hier oben, sag ich mal, ne, VAPY heißt ja in Variable Jahresrendite, ja, und Base, ne, und was hier zumindest angeteilt wird, ne, muss man mit dem Mausteiger drüber gehen, weil es eben gerade gelauncht ist, ja, gibt es eben, ne, die Weekly, die ist, ja, basiert nur auf heute und vielleicht ein Stück von gestern, die Weekly natürlich noch sehr niedrig, ja, das heißt, ich denke in ein paar Tagen wird auch das Weekly entsprechend hochgehen, ne, ne, proportional zu siebenmal Daily, ja, und der Daily ist aktuell immer noch, ne, wie in diesem Artikel beschrieben bei 0,47% und ich, vielleicht wird das morgen, ich denke, das wird morgen definitiv geringer sein, weil da ist einfach viel, sehr, sehr viel Kapital reinfließt, ihr seht, das sind aktuell schon 31 Millionen drin und in dem Pool wurde auch schon 1,5 Millionen an, ne, hin und her transferiert praktisch als, ähm, Transaktion und jede Transaktion wirft natürlich ein bisschen, ne, ähm, ja, Gebühren ab, ja, und das Gebühren ist ja, ne, das was an die, an die Pool Teilhaber hingeht, also halber Prozent ist definitiv für Stablecoin vor allem, also extrem viel, ja, pro Tag, pro Tag, wenn ich jetzt mal auf 356, 364 Tage hochrechnen, sind das über 150%, ja, aber auch hier, ne, nicht, ähm, lange träumen, diese Prozente werden definitiv ganz schnell runtergehen, sobald das Pool größer wird, ja, ich, ich denke, das wird sich auch irgendwo, ähm, stabilisieren zwischen 10 und 20% letztendlich, wenn die Pools groß genug sind, ja, das ist Curve mit FRAX, ja, FRAX Terra Pool, so, wir haben Deutschland, willkommen in Deutschland, ja, ähm, Commerzbank, ja, eines der größten, ich glaube, deutsche Bank, Commerzbank, sind das die zwei Größen? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, also, auf jeden Fall haben wir hier eine Commerzbank-Filiale um die Ecke, ja, die fast immer zu hat, wenn man, wenn ich da hingehe, komischerweise, aber, ja, ähm, die haben, und zwar nicht heute, ja, sondern, sondern tatsächlich schon im letzten Quartal, ähm, eine Lizenz bei der BaFin beantragt, und zwar, und zwar, jetzt haltet ihr euch fest, um Kryptos für euch zu halten, und natürlich Kryptohandel, ja, wo drüber ihr machen könnt, und, ähm, ja, ihr könnt definitiv davon ausgehen, ja, das sind in den nächsten Jahren alle Banken, ja, Sparkass hatte sowieso, glaube ich schon, und Deutsche Bank, ähm, Reifeisen, wie die alle heißen, ja, die werden das alle anbieten, ja, Banken sind einfach dazu da, ja, um euch zu helfen, um euch, ne, für euer Kapital zu sichern, und natürlich Service für euch zu leisten, ja, für alle, ne, damit ihr das nicht selber machen müsst, also, das sicherste ist, die, deine, eure Bitcoins, die Ethereums bei der Bank liegen zu lassen, vor allem Commerzbank, ja, aber pass auf, dass ihr, ähm, was die Schufa angeht, ne, keine negative Eintrag bekommt, ja, dann, äh, dann könnt's brenzlig werden, ja, wenn, ne, wenn vor allem die EU dann vielleicht noch verbietet, ja, dass ihr euer, ähm, Coins auf, äh, auf eure eigenen Wallets transferiert, ja, und dann sagt die Commerzbank, ja, ja, guten Tag, sie müssen leider ihren, äh, Coins verkaufen, ja, denn wir dürfen die nicht mehr für sie halten, und wir werden ihr Konto schließen, ja, dann seid ihr ganz arm dran, aber, solange es nicht passiert, ja, aber ich mein, nur Schufa, ihr wisst, so, kommen wir zum nächsten, wir haben Flared Gas, ja, das ist, ähm, beim, äh, Ölförderung, meine ich, oder sowas in der Art, also, ist, ist, diese überschüssigen Erdgas, ja, die dabei entstehen, die wurden, ne, eben typischerweise bislang immer einfach verbrannt, ja, ist ein ganz schlimmer, ähm, Vorgang für die Umwelt natürlich, ja, weil dabei entsteht, ohne dass irgendwas passiert, ja, äh, das bringt ja keinen Vorteil, ja, aber dieses Gas ist nun mal da, das muss irgendwo hin, und damit man das, damit nicht auch nicht viel anfangen kann, ist einfach verbrannt bislang, ja, und jetzt haben die sich gedacht, hey, ähm, erstens sowieso, ja, gut für die Umwelt, ne, wenn, wenn diese Verbrennung nicht umsonst ist, und zweitens, ja, warum man, soll man nicht damit, äh, Bitcoin-Mining betreiben, ja, das, ne, da entstehen da Energie dabei, und diese Energie könnte man ja nutzen, ja, um die Bitcoin-Miner, ähm, zu machen, ja, und, äh, stellt euch vor, ja, aus dem Bitcoin, die, die gemeint haben, könnten die sogar noch Carbon, ähm, dieser, keine Ahnung, Zertifikate sonst kaufen, ja, um eben die eigenen Puffs-Abdruck, in Anführungsstrich, zu reduzieren, ja. Ja, auf jeden Fall, ja, ist eine großartige Sache, finde ich, ja, persönlich, ich meine, das, was, was soll man sonst damit machen, ja, wenn, es passiert ja nichts anderes, ne, und, ähm, die anderen Unternehmen dazu, ja, gab's auch schon in der Vergangenheit, 505 Millionen, 350 Millionen, ihr seht, ja, also, da, wenn man, ne, mit so einer Idee um die Ecke kommt, da muss man sich, äh, nicht lange um Investoren kümmern, da muss man es nur einfach veröffentlichen in der Öffentlichkeit, und, äh, da kommt schon das Geld von selbst. Das ist übrigens bei denen schon die dritte Runde, also, Series C, zum Beispiel, ja, ne, manchmal auch schon die vierte, es gibt ja immer C, Pre, äh, Pre-A, A, B, C, und so weiter, ja. Und, äh, ja, Gratulation, und, äh, die werden definitiv auch noch weiter wachsen. Ähm, was, was auch möglich ist, ja, habt ihr, hab ich tatsächlich auch noch einen Artikel hier, hab ich als nächstes, ähm, das ist auch Grayscale, ja, und das ist, äh, ich hab ja heute Morgen dieses Video gemacht, ähm, Finger weg von DeFi, ne, für alle, die tatsächlich nichts mit der Materie sich auseinandersetzen wollen, oder auch mit technischen Sachen und so weiter, und Blockchain sowieso, ja, sind das tatsächlich Möglichkeiten, ja, erstens, zwar die Mining-Unternehmen zu investieren, ja, aber auch da bitte vergleichen, ja, für euch selbst, ähm, zweitens, so was hier, ne, so ein, so ein Investment-Fonds oder Future-Fonds, wie die alle heißen, ja, und GBTC, ähm, hat schon mehrmals angekündigt, ne, dass die sich umwandeln wollen, ja, die ist natürlich der, der größte, ja, wenn ich mal angucke, ich glaub, die sind um, um Faktoren noch größer als Micro-Strategie, ja, und, ähm, aber die sind eben, bislang eben nur ein, ein, ähm, wie sagt man das, wie ist der Name, ähm, ah, ich vergesse mal diesen Namen, auf jeden Fall, die sind kein, äh, kein ETF, ja, und die wollen sich umwandeln in ETF, weil, ne, ist mehr oder weniger das gleiche, äh, ein Trust, genau, das ist ein Trust, aktuell, und, äh, die wollen jetzt auch mittlerweile, äh, rechtlich vorgehen, ja, gegen die SEC, falls da eben keine Freigabe kommt, also ich, ich denke, das wird nicht so schnell kommen, ja, das wird definitiv noch dauern, auch wenn die sagen, das ist, steht kurz vor der Tür, also, aber wenn das kommt, ne, und das ist ja der Punkt, ne, dann, wäre natürlich, äh, schön, wenn man gleich mal einen, Anteil an einem Trust hat, ja, und GBTC war auch sehr lange Zeit, wenn ihr euch mal die Grafik anguckt, ja, ja, unter, ja, unter dem Preis von Bitcoin, was bedeutet das, das heißt, ihr hättet an der Stelle, ne, jetzt geht es langsam wieder zurück, ähm, aber ist immer noch unter 0%, das heißt, wenn ihr sagt, ne, ich will nicht selber auf die Chain Bitcoin kaufen, dann könnt ihr natürlich entweder auf Exchanges, ne, Binance, äh, FTX, wie die alle heißen, Bitcoins kaufen, aber, ne, dann müsst ihr euch auch natürlich dort anmelden und so weiter und so fort, oder ihr geht auf den normalen Aktienmarkt und kauft Grayscale, ja, und der 20% Minus bedeutet, wenn ihr Grayscale kauft, habt ihr an dem, an der Stelle einen Preisnachlass zum richtigen Bitcoin, ja, von 20%. So, und jetzt können wir sich natürlich fragen, ja, ne, warum kauft dann nicht jeder, ne, Grayscale oder statt richtigen Bitcoin, ja, das ist natürlich trotzdem ein Unternehmen, ja, das heißt, ne, wenn das Unternehmen schlecht läuft, ne, schlecht gewirtschaftet wird oder so, habt ihr auch gewisses Risiko, ja, und das Unternehmen, ne, das ist natürlich nicht 1 zu 1 auf Bitcoin, ne, übertragen, so gesehen, aber, ja, es war Anfang 2021, wo ich tatsächlich angefangen hab, da war der Grayscale sogar weit über 0%, ich glaub, teilweise mit einem Aufschlag von 10 bis 20% gewesen, ja, und da waren eben die Investoren-Nachfrage sehr groß und, dummerweise, ne, im Mai, wo das alles abgestürzt ist, wegen den Chinesen, ja, ist das Ganze ziemlich weit ins Negative gerutscht bei Grayscale und, ähm, der Summe ist bei Grayscale auch die 6 Monate Lockzeit, ja, das heißt, wenn ihr dort eben euch ins Trust reinkauft, ne, könnt ihr eure Coins innerhalb von 6 Monaten nicht wieder verkaufen, ja, aber, ja, ist auf jeden Fall eine Alternative und ich drück den die Daumen, ne, dass die bei der SEC zumindest, ne, äh, einen Schritt vorankommen. Jo, wir haben, ja, ist tatsächlich ein Landsmann ursprünglich von mir, ja, ähm, und, ja, also ich mein, Justin Sun ist mir mittlerweile schon fast, fast wie, wie ein, ja, steh-auf-Männchen, ja, in der DeFi-Welt, weil, ne, macht nicht viel, ja, aber überall, wo was los ist, ne, ist er plötzlich da und da er sowieso mehr multifachen Milliardär ist, ja, kann man den auch nicht übersehen, ja, selbst wenn man das will. Das Ding ist natürlich, die, diese Tron, ne, äh, hab ich auch letztes Jahr, Ende letztes Jahr drüber berichtet, lustigerweise, also Tron muss man sagen, ich mein, ne, äh, das Einzige, was die richtig gemacht haben, ist, sich den Namen Tron zu sichern, ne, oder, ne, so zu nennen, weil, ich mein, die Tron-Filme, ich mag die super, ja, aber, die haben so viel Geld gesammelt, ne, in der letzten, ähm, Krypto-Hit-Phase, ja, dass die, ich glaub, zweistelligen Milliardenbereich, ja, Investorengeld, äh, gesammelt, die wollen dies machen, das machen, die wollen neues Social Media und Pipapo, ja, und bis heute nichts geliefert, ja, und, äh, die haben dann letztes Jahr, also die Foundation, glaub ich, oder, oder die, äh, wie nennt man das denn, ähm, die, ja, die diese Basis bilden, ne, bei Tron, die haben dann gevotet, ja, und die haben den Justin Sun rausgevotet, glaub ich, war das so? War sowas in der Art, ja, aber die waren überhaupt nicht zufrieden, wie, was da abging, da war ein richtiges Debakel gewesen, also, äh, die Tron, Tron-Chains aus meiner Sicht einfach eine tote Chain, ja, auch wenn die super viel Geld hat, ne, da passiert einfach gar nichts, ja, und, äh, ja, jetzt sagt Justin Sun, weil eben, ne, Stablecoin aktuell ziemlich heiß ist, ja, kommt er um die Ecke und sagt, hey, äh, wir stemmen jetzt 10 Milliarden, ja, und machen unseren eigenen Stablecoin, ja, ja, ich, ich, ich sag, ich kann euch jetzt schon sagen, dass, das wird nichts werden, ja, warum? Es bringt nichts, wenn du einfach nur auf der Chain ein Stablecoin, ja, äh, schaffst. Übrigens, wenn ihr ein Stück zurückgeht, ähm, ich habe selbst darüber berichtet, äh, Tron hat damals, also Anfang 2021, einen nicht ganz geringen Portion an USDC gehabt, ja, das heißt, von allen USDC, die überhaupt durch Circle gemintet worden sind, glaube ich, waren damals 30 oder 40 Prozent allein auf der Tron, ja, und, was ist da basiert? Gar nichts, ja, die lagen da einfach, ja, und das ist das Ding, ja, man braucht diese mehrere Komponente, die zusammenarbeiten, ja, auf eine, eine Blockchain, also Stablecoin, klar, zum Handeln, ne, als, als Intermediary, also Zwischenhandel, äh, Position, und natürlich, ihr braucht Ökosystem, ihr braucht, ähm, Money Market, ihr braucht, ne, richtige DeFi, also Applications und so weiter, und diese ganzen, alles drumherum, ja, nur, ne, zu sagen, hey, wir minten jetzt unsere eigenen Stablecoin, ja, der ist eine Kopie von USD, was auch immer, ja, das bringt gar nichts. Aber, ja, ich, ich gehe davon aus, ne, dass, wenn ihr das macht, dass der, ne, sein Net Worth danach definitiv nicht weniger sein wird, ja, sondern zu 90 Prozent, äh, mehr sein wird. Ja, und da könnt ihr schon ausrechnen, wer, ne, woher das ganze Geld kommt. So, eine letzte Nachricht noch, ja, hab's versucht, ex, möglichst kurz zu halten, wir haben eine interessante Sache, ja, ich meine, man sagt immer, ne, Bitcoin ist, äh, Selbstbestimmung, ist, ähm, Globalisierung, wie man es auch mal nennt, ja, das praktische Entkopplung von diesem Geflecht von traditionellen Finanzindustrie, ja, aber, ja, an diesem Fakt, was jetzt passiert ist, ne, kann man sehen, wie weit das noch entfernt ist, ja, denn, was haben wir? Wir haben die, die USA, ja, die natürlich, man kann ja drüber schreiten, ob es, ne, in der Form oder in dieser Art und Weise gut oder schlecht ist, aber, ja, die sanktionieren mittlerweile Bitcoin-Miner, ja, die jetzt überhaupt nichts natürlich mit der Politik, ne, von Russland oder mit Putin zu tun haben, ja, aber die sitzen dummerweise dort, ja, und, äh, ich glaub, das heißt, diese Bitcoin, BitRiver heißt das, ja, die haben tatsächlich noch nicht mal ihre Zentrale in Russland, sondern in der Schweiz, ja, und werden trotzdem sanktioniert, ja, weil die USA eben sagt, ne, die Treasury Department sagt, hey, ja, die, diese BitRiver, ja, die sind in Russland, die unterstützen da die Russen oder, ne, verkehren da über russische Banken und so weiter, ja, denn die Bitcoin-Miner, die müssen ja auch irgendwie ihre Stromrechnung und sowas bezahlen, ja, und, äh, das heißt, die brauchen eben die Banken als On-Off-Ramp und, ähm, ja, und da das der Fall ist, ne, gegen die über russischen Banken und so weiter, werden die eben an der Stelle auch sanktioniert, ja, das heißt, äh, dumm gelaufen, natürlich für die armen, ne, Miner, die da nichts dafür können, ne, man muss natürlich sehen, Russland ist die größte, drittgrößte, das drittgrößte Land, was, nicht das drittgrößte, das dritte Land, das Land auf dem dritten Platz mit der höchsten Hashrate, ja, das heißt, ne, Mining Power, und, ähm, ja, ist, ist leider so, kann man nur hoffen, dass diese ganzen, äh, Sachen da schnell vorbei ist, aber man kann definitiv damit rechnen, dass die solche Sanktionen und solche, ne, regulatorischen Sachen noch sehr, sehr lange andauern wird, ja, sieht man ja an typischen Beispielen an den anderen Ländern, ja, die USA feindlich oder, ne, nicht gut gesonnen sind, wie lange dort schon die Sanktionen laufen, ja, so gesehen, Bitcoin hat auch noch einen sehr langen Weg vor sich, ja, das war's auch schon, von heute, aus dem Krypto-Kaffee, denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, und für alle, die bis jetzt noch dabei sind, ja, habe ich ein kleines, äh, Schmenkel für euch, ja, dann, ich hab das auch bei uns im Discord angekündigt, ich habe, ähm, ne, auf diese Yield Notes Video, hab ich auch den, direkt danach, den CEO angeschrieben von Yield Notes, ja, und der hat darauf geantwortet und, äh, hat ankündigt, oder zumindest zugestimmt, ein Interview zu machen, ja, äh, ich finde das echt positiv, ne, dass die das machen, und, ähm, wenn ihr, ne, als Interessent für Yield Notes oder generell, ähm, noch Fragen habt, gern her damit, ja, ähm, das Interview wird demnächst stattfinden, Termin ist noch nicht festgelegt, aber zumindest sieht es danach aus, als würde es zumindest innerhalb der nächsten Woche, also nächste vielleicht 5 oder 10 Tage stattfinden, irgendwann, ähm, und ja, kommt also her, gern damit, wenn ihr Fragen habt, oder Unsicherheit, oder irgendwas zu dem Projekt Yield Notes habt, das war's auch schon, bis zum nächsten Mal, mein Name ist G, aus dem Krypto-Kaffee, ciao, ciao.